Das Besondere bei unseren Fahrzeugen ist, dass jedes Fahrzeug unterschiedlich gebaut wird. Meine Lieblingstätigkeit ist Schweißen, weil es mir sehr viel Spaß macht. Meine Kollegen sind grüßbereit, freundlich und haben lustige Momente zusammen. Ich bin hier Ausbilder für Kauserien Fahrzeugbau und bilde schon seit Jahrzehnten aus. Mit den Auszubildenden, dadurch dass man so lange Kontakt hat, ist es schon wie so eine große Familie hier. Ich bin hier Ausbilder für Kauserien.